Hallo liebe Feuerwehrleben Community, herzlich willkommen hier auf YouTube bei einem neuen Video von mir. Und wir werden uns heute mit einem sehr spannenden Thema beschäftigen. Es geht um eine neue Studie, die vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Diese Studie ist vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und hat untersucht, wie die Entfernung von Haushalten zu Feuerwehrenhäusern ist. Und das Ganze wurde in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Und wenn man sich das Medienecho anschaut, dann sieht man die Tagesschau, die berichtet, dass die Feuerwehr bis zu 30 Minuten zum Einsatzort benötigt. Und auch die Welt, die den Titel hat, 36 Sekunden bis 45 Minuten. So schnell ist die Feuerwehr bei ihnen zu Hause. Ja, aber auch in den regionalen Medien, wie beispielsweise in der Neuen Westfälischen, wurde diese Studie aufgegriffen. Und beispielsweise unter dem Titel So schnell sind die Feuerwehren im Kreis Gütersloh vor Ort das Ganze dargestellt. Bevor wir ins Detail gehen und die Pressemitteilung zu dieser Studie anschauen, möchte ich vorab sagen, dass ich persönlich diese Studie sehr kritisch sehe, weil sie aus meiner Sicht viele Dinge stark verzerrt darstellt. Warum ist das für die Feuerwehren so wichtig? Weil das Ganze wurde auf Basis der Gemeindeebene gemacht. Das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass nun Politiker, Medien oder auch Bürgerinnen und Bürger auf euch zukommen und euch mit diesen Zahlen konfrontieren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man sich als Feuerwehr mal mit dieser ganzen Studie auseinandersetzt. Bevor wir loslegen, möchte ich allerdings noch sehr positiv darstellen, dass ich mit Herrn Dr. Göcke gesprochen habe. Der ist Ansprechpartner für diese Studie und leitet die Forschungsgruppe Big Data Analytics bei dem Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich habe Ihnen meine Punkte dargelegt, warum ich einige Aussagen in dieser Studie sehr kritisch sehe und er hat auch seine Punkte dargestellt. Also insofern war das wirklich ein sehr gutes, sehr konstruktives Gespräch. Und auch wenn ich in dieser Pressemitteilung einiges zu kritisieren habe, rechne ich dem Institut der Deutschen Wirtschaft das Ganze hoch an, dass man sich wirklich auf fachlicher Ebene so gut austauschen kann. Die Pressemitteilung zu dieser Studie verlinke ich auch unten in der Beschreibung vom Video, sodass ihr euch selbst das Ganze durchlesen könnt. Wir werden jetzt aber einige Punkte aus dieser Mitteilung im Detail mal anschauen. Ja, los geht's. Wir gehen mal ein bisschen nach unten. Da geht's um die Methodik. Das heißt, es wurde dargelegt, wie diese ganze Studie überhaupt zustande gekommen ist. Und los geht es damit, dass man als Datenbasis für die Analyse OpenStreetMap gewählt hat. Was ist OpenStreetMap? Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie Wikipedia nur für Kartenmaterial. Das heißt, jeder, der sich für das Thema interessiert, kann Informationen in diese Plattform stellen. Und jeder kann auch dieses Kartenmaterial nutzen. Und es geht da nicht nur um Straßen, um Wälder, sondern man kann auch Gebäude taggen. Das heißt, man kann eben sagen, was befindet sich in diesem Gebäude. Und so gibt es eben auch dieses Tag Firestation, also sprich Feuerwehrstation. Und damit kann man eben dann sagen, okay, hier befindet sich eben ein Feuerwehrhaus. Und auf dieser Datengrundlage wurde die Analyse durchgeführt. Und da gibt es aus meiner Sicht schon mal eine erhebliche Diskrepanz. Und das möchte ich euch einfach mal an drei Beispielen zeigen, wie Realität und OpenStreetMap voneinander abweichen. Ich muss dazu sagen, OpenStreetMap ist ein total cooles Projekt. Aber man muss natürlich gerade, wenn man dann deutschlandweit Daten verwendet, schon sehr genau hinschauen, ob denn diese Angaben in OpenStreetMap überhaupt die reale Welt darstellen. Und wir gehen mal ganz in den Süden runter, ins Allgäu und schauen uns da mal drei Gemeinden an und gucken mal, okay, wie schaut denn die Realität aus mit den Daten, die bei OpenStreetMap vorhanden sind. Los geht es mit der Feuerwehr Dietmann Street. Die schauen wir uns an. Wir haben hier eine schicke Website. Und man sieht eben hier, die Feuerwehr Dietmann Street besteht nicht nur aus der Feuerwehr Dietmann Street selber, sondern sie haben verschiedene Ortsteile. Und insgesamt reden wir hier von fünf Feuerwehrhäusern. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, welche Daten in OpenStreetMap dazu vorhanden sind. Und wenn man rüber geht und man schaut, okay, welche Objekte wurden denn mit dem Tag Fire Station versehen, dann seht ihr hier diese entsprechenden Kreise auf der OpenStreetMap-Karte. Und wenn man eben schaut, okay, die Feuerwehr Dietmann Street besteht aus mehreren Ortsteilen. Hier ist die Feuerwehr Dietmann Street markiert, die Feuerwehr Überbach, Feuerwehr Propstreet, Feuerwehr Schrattenbach. Aber was fehlt? Die Feuerwehr Reichholz Street. So, wir haben es ja vorhin gesehen, auf der Website der Feuerwehr Dietmann Street ist das eine Ortsteilfeuerwehr, die aber in OpenStreetMap nicht angegeben wird. Wir scrollen auch nochmal rein. Also so schaut das Ganze in Dietmann Street aus. Das heißt, immer wenn ein Gebäude getaggt wird mit dem Hinweis Fire Station, dann taucht so eine kleine Flamme auf. Das seht ihr auch hier bei der Feuerwehr Dietmann Street. Und wenn man jetzt rüber geht nach Reichholz Street, dann findet man doch gar nichts, obwohl dort eine Feuerwehr vorhanden ist. Und wenn man mal guckt, ja, da steht auch so eine Art LF10, ja, gar nicht mal so klein. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, okay, kann mal passieren. Wir schauen uns jetzt mal das nächste Beispiel an und gehen mal nur ein paar Kilometer weiter und schauen nach der Feuerwehr Kimmerathshofen. Ihr seht hier die Website. Die sind ganz gut ausgestattet und schauen auch wieder, okay, welche Daten sind denn bei OpenStreetMap vorhanden. Und wenn man jetzt nochmal die OpenStreetMap-Karte anschaut und guckt, okay, welche Objekte sind mit dem Tag Fire Station versehen, wird man feststellen, dass in Kimmerathshofen wieder nichts auftaucht. Altersritte ist Beispielseite dabei. Auch Frau und Zell, aber in Kimmerathshofen gibt es wieder keine Informationen über die örtliche Feuerwehr. Wir haben uns jetzt zwei Beispiele angeschaut, bei denen Feuerwehren in den Orten vorhanden sind, aber leider nicht in den OpenStreetMap-Daten dargestellt werden. Das Ganze gibt es aber genau andersrum. Wenn wir uns mal die freiwillige Feuerwehr in Kempten anschauen, dann findet man da natürlich auch zahlreiche Feuerwehrhäuser, die in dem Stadtgebiet verteilt sind. Und hier oben gibt es, oder gab es besser gesagt, die freiwillige Feuerwehr Löschgruppe 12 Mariaberg. Die existiert aber gar nicht mehr. Dennoch ist aber hier immer noch dieser Tag vorhanden. Das heißt, wenn man jetzt auf Basis dieser Informationen und Auswertungen macht, dann hat man teilweise Feuerwehrhäuser, die überhaupt nicht mehr als Feuerwehr existieren. Oder andersherum, es gibt Feuerwehrhäuser, die vorhanden sind, in OpenStreetMap aber gar nicht dargestellt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, jetzt hatten wir so ein paar Beispiele. Da geht es ja nur um ein, zwei Häuser hin oder her. Aber wenn ihr mal euch vorstellt, dass wir tausende von Gemeinden in Deutschland haben, dann ist davon auszugehen, dass die Differenz sehr hoch ist. Und wenn man jetzt als Wahl der Kontrollinstanz das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes nimmt, die im Jahrbuch 2019 von 36.000 Feuerwehrhäusern sprechen, dann wird sehr deutlich, dass die Differenz ziemlich groß ist. In der Pressemitteilung des EW ist nämlich von Geokoordinaten die Rede von 26.000 Feuerwehren. Also reden wir letztendlich von einer Abweichung, die sich im Bereich 10.000 Feuerwehrhäuser bewegt, das prozental gesehen eine Abweichung von 38 Prozent ist. Man muss dazu sagen, dieser Hinweis wird in der Methodik angegeben und es ist die Rede davon, und das seht ihr auch in dem markierten Text, dass in einzelnen Gemeinden die berechnenden Ergebnisse fehlerhaft sein können. Aber bei einer Abweichung von 10.000 Feuerwehrhäusern ist davon auszugehen, dass es verdammt viele Gemeinden betrifft, deren Daten in dem Fall gar nicht stimmen. Schauen wir uns an, wie weiter in dieser Studie gearbeitet worden ist. Und zwar hat man 95 Prozent der Haushalte in der Gemeinde genommen und hat per Routing berechnet, wie die Entfernung zu den nächsten drei Feuerwehrhäusern ist. Diese Entfernungen wurden in Zeit umgerechnet und damit hatte man dann eine berechnete Fahrzeit. Allerdings führt das zu einem Problem und das sehen wir, wenn wir uns zwei Bundesländer anschauen. Im Hintergrund seht ihr die interaktive Deutschlandkarte, die durch das EW zur Verfügung gestellt wird. Je hellblauer die Farbe, desto kürzer sind die Fahrzeiten und je bräunlicher bzw. rötlicher die Farben, desto länger sind die Fahrzeiten. Und wenn man hier mal drauf guckt, dann sieht man, dass im Bundesland Rheinland-Pfalz wahnsinnig viel hellblau vorhanden sind und man hier von rekordverdächtigen Fahrzeiten von unter 2,5 Minuten ausgeht. Und wenn man nach Nordrhein-Westfalen schaut, findet man viel dunkelblau und hellbraun, was durchschnittliche Fahrzeiten zwischen 5 und 10 Minuten darstellt. Wenn man jetzt aber beide Bundesländer vergleicht, dann weiß man, dass Nordrhein-Westfalen feuerwehrmäßig extrem gut ausgerüstet ist. Die haben wahnsinnig viele gut ausgestattete, freiwillige Feuerwehren und eine Dichte an Berufsfeuerwehren und hauptanländischen Wachen wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland. Schaut man sich dahin gegen Rheinland-Pfalz an, dann ist das ein klassisches Flächenland, wie beispielsweise in Bayern auch. Man hat viele Gemeinden mit einer Vielzahl an kleinen Feuerwehren. Die Karte suggeriert jetzt aber, dass ich beispielsweise in der Gemeinde Briedern eine Fahrzeit von 1,1 Minuten bei der Feuerwehr habe oder wenn ich mir auch anschaue, Weiler eine Minute, Ursch mit 1,4 Minuten etc. Also absolut rekordverdächtige Fahrzeiten. Jeder, der aber wie ich aus einer ländlichen Region kommt, weiß, dass kleine Feuerwehren häufig das große Problem haben, dass es wahnsinnig schwierig ist, noch ausreichend Mitglieder zu haben und es auch schwierig ist, untertags überhaupt genügend Einsatzkräfte zu haben, die dann auch zeitnah ausrücken können. Das heißt, die kürzeste Entfernung zum Feuerwehrhaus bringt mir gar nichts, wenn nicht genügend Einsatzkräfte vorhanden sind, die ernanntlich ausrücken können. Es wird in methodischen Teilen der Pressemitteilung nochmal explizit darauf hingewiesen, dass wirklich nur die reine Fahrzeit berechnet wurde. Problem ist allerdings, dass die überhaupt nicht so eine wahnsinnige Aussagekraft hat, wie in der Studie dargestellt wird. Abgesehen davon, dass ich die Datengrundlage von OpenStreetMap viel zu wenig finde, um die reale Struktur der Feuerwehrhäuser in Deutschland abzubilden, ist bis dahin die Methodik aber noch sauber. Man muss dazu sagen, wir haben uns aber jetzt mit dem untersten Teil der Pressemitteilung auseinandergesetzt und alles, was davor kommt, schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Wir haben uns jetzt aber bereits angeschaut, dass die Studie sich lediglich damit beschäftigt, wie weit entfernt ein Haushalt zu dem nächstgelegenen Feuerwehrhaus ist. Und wenn wir uns jetzt die Überschrift der Pressemitteilung anschauen, dann ist jetzt die Rede davon, so lange wartet Deutschland auf die Feuerwehr. Das heißt, aus der reinen Entfernung wird jetzt plötzlich eine Wartezeit abgeleitet. Was aus meiner Sicht die Datengrundlage, ich wiederhole nochmal, Entfernung zum Feuerwehrhaus überhaupt nicht hergibt. Weil wenn man auf die Feuerwehr wartet, fließen dann auch viel mehr Faktoren ein, wie zum Beispiel Dispositionszeit, Alarmierungszeit, Anrufzeit, Ausrückezeit. Und das sind alles Dinge, die bisher überhaupt noch gar nicht berücksichtigt worden sind. Auch der erste Satz im Teasertext ist aus meiner Sicht sehr irreführend. Der lautet nämlich, je nach Region muss die Feuerwehr in 8 bis maximal 17 Minuten am Einsatzort sein, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Hier wird Bezug genommen auf die Hilfsfrist. Und die Hilfsfrist, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, beinhaltet ja in der Regel viel mehr wie die reine Fahrzeit. Auch da können Dispositionszeit, Anrufzeit, Ausrückezeit eine Rolle spielen. Und durch diese ganzen Formulierungen wird suggeriert, dass es hier um die Eintreffzeit der Feuerwehr geht, was die Daten aus meiner Sicht aber überhaupt nicht hergeben. Im weiteren Verlauf der Pressemitteilung werden dann auch zwei Beispiele genannt. Zum einen wird dargelegt, dass Mecklenburg-Vorpommern sehr schlecht abschneidet. Hingegen wird eine türische Gemeinde herausgepickt, die nur 30 Sekunden Anfahrtszeit hat. Und nach diesen beiden Beispiele schauen wir uns jetzt an, ob sie überhaupt irgendwas mit der Realität zu tun haben. Schauen wir uns zunächst Mecklenburg-Vorpommern an. Schauen wir uns hier die Gemeinde Warenzin an. Laut der Studie beträgt die Fahrzeit der Feuerwehr 30,5 Minuten. Und man muss ja dazu sagen, das ist die reine Fahrzeit. Es kommt der Alarmierungszeit und Ausrückezeit auch noch obendrauf, was zu einer wahnsinnig langen Eintreffzeit der Feuerwehr führt. Die Frage ist nur, ist es denn wirklich so? Schauen wir uns erst die Gemeinde Warenzin an. In OpenStreetMap eingegeben sieht man hier, das ist das Gemeindegebiet von Warenzin. Und man sieht, hier sind vier Siedlungen, in denen Menschen wohnen. Als nächstes schauen wir uns an, welche Feuerwehrhäuser laut OpenStreetMap vorhanden sind. Auch hier suchen wir nach dem Ort Warenzin. Gehen ein bisschen raus. Schauen mal, welche Gebäude mit Firestation getaggt sind. Und hier sehen wir die entsprechenden Gebäude. Warenzin, dieses Gemeindegebiet, ist hier. Und man sieht, so die nächste Feuerwehr ist Demmen, die in der Nähe ist. Was allerdings verwundert, hier links unten ist ja eine Gemeinde mit 4.500 Einwohnern, in der gar keine Feuerwehr markiert ist, was für Deutschland doch sehr ungewöhnlich ist. Und wenn man schaut, dann hat Dagon natürlich eine freiwillige Feuerwehr. Und wenn man auf der Facebook-Seite nach unten scrollt, stellt man fest, dass hier noch weitere freiwillige Feuerwehren bei einem größeren Brand alarmiert worden sind. Wenn man sich diese Ortsnamen anschaut, stellt man fest, dass bei OpenStreetMap die Feuerwehr hier, die Feuerwehr hier oder auch die Feuerbrudersdorf vor oben überhaupt nicht mit einer Feuerwehrstation markiert sind. Das Problem ist nur, dass diese drei Feuerwehren in unmittelbarer Nähe zur Gemeinde Warenzin sind. Wenn die aber in der Analyse gar nicht berücksichtigt werden, muss man sich nicht wundern, wenn die Fahrzeiten extrem lange berechnet werden, obwohl hier in unmittelbarer Nähe vom Gemeindegebiet weitere Feuerwehrhäuser vorhanden sind. Ganz zum Schluss schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, das in der Pressemitteilung genannt wird. Und zwar lautet der Satz, besonders schnell ist die Feuerwehr rein rechnerisch in den thüringischen Gemeinden Rattelsdorf und Seislar mit jeweils nur rund 30 Sekunden Anfahrtszeit. Wir schauen uns wieder das Gemeindegebiet Seislar an. Das befindet sich hier. Und wie man sieht, es ist ein sehr kleines Gemeindegebiet mit nur wenigen Häusern in Seislar und Wösdorf. In Seislar selbst ist auch ein Feuerwehrhaus getaggt. Und zwar, wenn man hier rein scrollt, sieht man hier die Feuerwehr Seislar mittendrin. Jetzt muss man allerdings wissen, dass die Gemeinde Seislar knapp 140 Einwohner hat. Das heißt, es handelt sich um eine sehr kleine Feuerwehr. Eine der wenigen Dinge, die man online findet, ist ein Feuerwehreinsatz, der circa ein bis zwei Jahre her ist, bei dem es zu einem Brand im Gemeindegebiet kam. In den Medien werden aber nur alle umliegenden Feuerwehren genannt und nicht die Feuerwehr Seislar selbst. Auch die Nachfrage bei einer Feuerwehr in unmittelbarer Nähe wurde mir mitgeteilt, dass die davon ausgehen, dass die Feuerwehr Seislar überhaupt nicht mehr als aktive Feuerwehr existiert. Ich habe euch jetzt einige Beispiele genannt, die zeigen, warum ich die Studie so kritisch sehe. Weil auch in den beiden letztgenannten Beispielen werden durch die Studie Ergebnisse präsentiert, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Meine Empfehlung für die Feuerwehren ist daher, geht auf die verlinkte Pressemitteilung und dort auf die interaktive Karte und schaut, welche Zeiten in eurer Gemeinde angegeben sind. Wenn die Fahrzeiten viel zu hoch sind, dann schaut in OpenStreetMap, ob die Feuerwehrhäuser von euch überhaupt korrekt hinterlegt sind. Sind die Fahrzeiten viel zu niedrig, kontrolliert, ob Feuerwehrhäuser angegeben werden, die real gar nicht mehr existieren. Wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt einfach mal hier unter dieses Video in die Kommentare, wie groß die Abweichung ist, weil ich gerne wissen möchte, ob ich jetzt hier nur extreme Beispiele herausgepickt habe oder ob die Daten bei vielen Gemeinden überhaupt nicht stimmen. Vielen Dank für euer Feedback und tschüss, bis zum nächsten Mal.